Hallo und Willkommen aus dem Erfurter Yoga Studio Yoga Privé. Ich möchte dieses Video heute nutzen, um den Bereich des Rückens in den Mittelpunkt unserer Yoga Praxis zu stellen. Wir werden jetzt zwar keine ausführliche Yoga Praxis machen, aber eben im Wesentlichen den Blick auf die Rückenstruktur und die Wirbelsäule legen. Ich mache das deswegen, da wir ja im Moment sehr viel von zu Hause aus und vom Schreibtisch aus arbeiten und sicherlich geht es euch auch so wie mir, dass ich dann am Ende eines langen Tages vor dem Rechner doch Rückenprobleme habe. Heute sollen wir in dem Video darauf schauen, warum wir diese Probleme und Beschwerden haben im Rücken, wenn die kommen. Wir werden einen ganz kurzen Einblick in die Struktur des Rückens machen und ich möchte euch dann ein paar Übungen vorstellen, wie wir den Rücken mobilisieren und relativ beschwerdefrei bekommen können. Warum haben wir eigentlich Beschwerden, wenn wir einen Tag über am Schreibtisch sitzen? Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir, während wir arbeiten am Schreibtisch und am Rechner, wenig Bewegungen machen. Wir sind also über eine relativ lange Zeit relativ bewegungsarm und das ist eine Baustelle dafür, dass der Bewegungsapparat nicht genügend Bewegungs- und Belastungsimpulse bekommt. Denn das braucht er im Grunde. Wir brauchen Bewegung für die Strukturen unseres Bewegungsapparates und Belastung, also Anspannung, Entspannung, Druck und Zugspannung der strukturellen Gewebsarten. Und dazu zählen beispielsweise das Binde- und Morpelstrukturen auszubilden. Die Sehnen brauchen Bewegungen, also die Strukturen, die Muskeln mit Knochen verbinden, die Bänder, die Knochen mit Knochen verbinden und die Muskeln insgesamt ja auch. Also das Muskelgewebe braucht An- und Entspannung, um sich heraus zu differenzieren und die Fasern auszurichten und letztlich auch indirekt die Nervenstrukturen, die in den anderen Gewebsarten integriert sind. Und wenn wir jetzt am Schreibtisch sitzen, relativ lange Zeit, dann haben wir oft eine sehr ungünstige Körperhaltung, die ich ganz kurz mal vorzeige, aber ihr kennt sicherlich von mir auch. Ich mache das auch gerne. Wenn ich am Schreibtisch sitze, dann rolle ich meist mein Becken nach hinten ein, also ich komme hinter die Sitzbeine. Der Beckenkamm kommt nach oben Richtung Bauchdecke. Das führt zu einem Raum im unteren Rücken, der nach hinten schiebt, also der untere Rücken wird rund. Die Brustwirbelsäule wird rund. Die Schultern ziehen nach vorne in eine Protraktionsbewegung. Der Kopf kommt in eine sogenannte Vorhalte, also er schiebt nach vorne. Und damit ich jetzt noch nach vorn schauen kann, muss ich den Kopf wieder etwas heben und habe dann eben klassischerweise im Bereich der Halswirbelsäule, also im Nackenbereich, eine muskuläre Verspannung. Denn jetzt müssen Muskeln angespannt sein, die den Kopf zurückziehen, sodass er nicht nach vorne fällt. Und ich muss den Nacken beugen. Eigentlich spricht man hier von einer Streckbewegung des Nackens, aber von außen ist es gefühlt eine Beugebewegung, um nach vorne schauen zu können und habe deswegen auch eine enge Struktur im Nacken. Die Schultern kommen vor, das verspannt die Strukturen und Muskeln im Bereich zwischen den Schulterblättern. Der Rücken ist rund. Das ist per se jetzt keine schwierige Haltung, aber es kommt immer darauf an, wie lang wir in einer bestimmten Haltung, einer bestimmten Position verweilen und was wir uns dann als Ausgleichsbewegungen schenken. Per se gibt es leider keine perfekte Haltung, weder im Sitzen, noch im Liegen, noch im Stehen, noch in sonst welchen Körperposition. Denn alles wird irgendwann belastend für die Strukturen unseres Körpers und es braucht dann immer eine neue Position, die in dem Moment dann besser ist als die zuvor. Und wenn wir wissen, dass es keine perfekte Haltung gibt, dann können wir auch gern mal so sitzen. Denn es ist sicherlich auch mal bequem. Die Frage ist nur, was wir die ganze Zeit machen. Gut. Und wenn wir jetzt den Rücken einmal ganz grob im Überblick anschauen und ich kann jetzt keine individuelle Beratung geben, also nicht die Paskuliose oder so was oder anderen Veränderungen des Rückens. Ich kann dieses Video nur grob und im Überblick gestalten. Wenn wir also einen normal gebauten Rücken anschauen, dann ist er in sich wie eine Achse aufgerichtet. Wir hatten früher das Bild des Rückens, das ja wirklich wie ein Stab orientiert ist, der dem Oberkörper Stabilität schenkt. Also ein Wirbelkörper ist auf dem anderen aufgebaut und mit Bandscheiben dazwischen gelagert. Es ist eine sehr, sehr feste Struktur, die wir uns früher immer vorgestellt haben. Und wir haben immer gedacht, wir müssen darauf achten, dass wir mit geradem Rücken arbeiten, wenn wir uns vorbeugen beispielsweise. Und das ist ein Bild, das finde ich, etwas erweitert werden könnte. Und ich gehe deswegen von einem sogenannten tensegralen Modell der Wirbelsäule aus. Was das bedeutet, das verlinke ich dann in der Beschreibung dieses Videos. Aber das tensegrale Modell geht davon aus, dass der Rücken insgesamt nicht nur eine stabilisierende Funktion hat, sondern auch über andere Gewebsarten des Körpers, beispielsweise über myofasziale Strukturen, also Muskelfaserketten mit dem anderen strukturellen Mechanismen des Oberkörpers verbunden ist und deswegen auch nicht nur in sich stabilisiert ist, sondern auch von außen gestützt wird und lebendig sein darf. Und in diesem Modell geht man davon aus, den Rücken auch ganz normal in allen Bewegungsformen zu mobilisieren. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also nicht nur einseitig etwas machen, sondern wirklich die gesamte Fülle der Bewegungsmöglichkeiten des Rückens auszunutzen. Und das auch endgradig, also bis in die maximalen Bewegungsrichtungen. Und wenn wir uns mal ganz kurz die Hauptbewegungsrichtungen des Rückens anschauen, dann können wir ihn natürlich beugen, eine Vorbeuge machen. Ich kann ihn zurückbeugen, eine Rückbeuge. Wir sprechen hier im Fachbegriff von einer Vorbeuge. Das ist eine Flexion in der Sagittalebene, also eine Ebene von vorne nach hinten und flektiere ich nach vorn in dieser Sagittalebene. Oder ich gehe in eine Extension in der Sagittalebene und strecke den Rücken nach hinten. Hier streckt er sich in der Extension und hier beugt er sich in der Flexion. Dann haben wir eine sogenannte Frontalebene. Da kann ich eine Seitbeuge machen, eine sogenannte Lateralflexion rechts und links. Und ich kann in der vertikalen Achse eine Rotation machen. Nach rechts und links nicht drehen. Und diese Bewegungsrichtungen, und das lehrt uns das tensegrale Modell unter anderem, sind wertvoll, wenn wir sie beliebig und frei miteinander verweben. Also eine Vorbeuge mit einer Drehung machen, soweit natürlich das sich angenehm anfühlt. Eine Rückbeuge mit einer Drehung, eine Seitbeuge mit Vor-, Rück- und Drehbewegungen integrieren. Und wirklich so alle Binde- und Stützgewebsstrukturen, Muskelstrukturen und Nervenstrukturen unseres Körpers zu mobilisieren. Und ich möchte mit euch ein paar kleine Übungen jetzt machen, um in dieser Bewegungsrichtung uns zu mobilisieren. Und das geht gut am Schreibtisch, es geht gut auf einem Bürodrehstuhl oder einem normalen Bürostuhl. Und ich bitte dich einfach jetzt für diesen ersten Übungsaspekt ein Stück weiter auf der Sitzfläche nach vorn zu rutschen, in das vordere Drittel. Wenn wir jetzt erstmal in die Beuge- und Streckbewegung des Rückens gehen, dann bitte dich dich einzurollen und ganz rund zu machen. Auch den Kopf einrollen, das Kinn Richtung Brustbein zu kommen, den Rücken zu runden und dich wieder aufzurichten. Ja, noch einmal einrollen, von oben nach unten den Kopf einrollen, dann die Brustwirbelsäule, dann die Lendenwirbelsäule und dich von unten nach oben wieder aufrichten. Dann lässt es mal etwas konkreter den Kopf einrollen, das Kinn Richtung Brustbein sinken, die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule integrieren in diese Bewegung und dich von unten nach oben wieder aufrichten. Gut, jetzt in eine Extension, also eine Rückbeuge, da kannst du die Hände hinter dir aufstützen auf der Sitzfläche. Du ziehst die Schultern sanft zurück und hebst ein Brustbein nach vorne hoch. Ja, der Rücken streckt sich, er extendiert, du ziehst die Schulterblätter zueinander und trägst dein Brustbein hoch. Atmest in die Vorderseite, ziehst dich hoch und kommst wieder zurück. Ja, noch einmal dich nach hinten aufstützen, das Brustbein heben, dich nach oben aufrichten, die Schulterblätter zueinander ziehen. Das Becken vielleicht auch einmal nach vorne kippen, um dieses Hohlkreuz im Rücken zu intensivieren. Und wieder zurückkommen. Gut, wir bleiben jetzt am Becken und kippen das Becken nach hinten aus, hinter die Sitzbeine. Das sind diese zwei Knochenstrukturen, die man auf einer festen Unterlage gut spüren kann. Wir richten uns mit dem Becken wieder auf und kippen es vor die Sitzbeine. Das kannst du weitermachen. Nach hinten einrollen und nach vorne auskippen. Und du kannst dir das Becken dabei wie eine Schale vorstellen oder eine Schüssel, die du nach vorn kippst und nach hinten. Und hier wird deutlich, dass der gesamte Rücken, also die gesamte Wirbelsäule eine funktionale Einheit ist. Das heißt, Strukturen bauen aufeinander auf und bedingen sich funktional. Wir erfahren zum Beispiel hier eine weiter laufende Bewegung. Und eigentlich bewegen wir nur das Becken, aber dabei bewegt sich automatisch die Lendenwirbelsäule mit. Wenn wir das Becken hinter die Sitzbeine kommen, dann rundet die Lendenwirbelsäule. Und wenn wir das Becken vor die Sitzbeine kippen, dann kommt sie in einen Hohlkreuz. Und das läuft weiter nach oben in die Brustwirbelsäule. Die rollt sich ein, wenn das Becken nach hinten kippt. Das kannst du ruhig intensivieren, nicht ganz einrollen. Und der gesamte Rücken streckt sich, wenn du das Becken nach vorne kippst. Das ist eine weiter laufende Bewegung vom Becken in die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule. Und wenn wir den Kopf mitnehmen, dann bis in die Halswirbelsäule. Gut, und wir kommen wieder an in der Mitte und versuchen jetzt diese weiter laufende Bewegung zu wieder lagern. Wir versuchen jetzt den Oberkörper mit dem Brustkorb ruhig halten zu wollen und kippen wieder das Becken nach hinten und nach vorn. Das ist eine andere Intensität dieser Bewegung. Sie ist geführter und kontrollierter. Wir versuchen den Oberkörper ruhig zu halten. Wirklich nur im Becken und im unteren Rücken zu arbeiten. Das sind sehr schöne Massagebewegungen für die Lendenwirbelsäule. Und wenn es dir im Moment nicht gelingt, wenn der Oberkörper sich mit einrollt, dann ist das nicht unbedingt eine Frage, ob die Struktur des Rückens das machen kann oder nicht. Das ist vielmehr eine Frage der Koordination zwischen Gehirn und Körper. Und es braucht sehr viel Feinarbeit jetzt. Das Gehirn muss bestimmte Muskelgruppen stabilisieren und andere Strukturen, die relativ nah beieinander liegen, mobilisieren. Okay, und noch mal ganz locker durchbewegen. Wenn wir jetzt weitergehen und in die Seitbeuge eintauchen, dann kannst du die linke Hand beispielsweise an den linken Teil der Sitzunterlage aufstellen, die rechte Hand an den Hinterkopf lehnen und dich nach links neigen. Wir komprimieren jetzt die linke Seite und strecken die rechte Flanke unseres Körpers, atmen hier einmal ganz tief hin in die rechte Seite und kommen wieder nach oben und wechseln. Rechter Arm stützt sich ab, linke Hand an den Hinterkopf, beugen uns nach links, spüren den Raum der linken Seite und atmen hier hin. Und komm wieder hoch und einmal in die linke Seite eintauchen, die Lateralflexion dorthin. Und jetzt bitte ich dich, kleine Drehbewegungen zu machen, dich nach links einzurollen und spüren, wie es den Rücken dehnt. Vielleicht findest du Strukturen, die sich jetzt freuen, wenn sie ein bisschen gezogen werden aus der Verspannung, dich auch mal nach rechts aufzudrehen, soweit das möglich ist und angenehm ist. Eindrehen und aufdrehen, also ruhig mit kleinen Bewegungen experimentieren und immer spüren, was geschieht an Zug und Spannung im Rücken. Bewegung und wieder nach oben kommen, die Seitbeuge nach rechts und hier dich nach rechts eindrehen. Diese Struktur im Rücken spüren, die wir jetzt dehnen und dich nach links aufdrehen. Schauen, was hier passiert und das ganz spielerisch miteinander verbinden. Und dann wieder nach oben kommen und mit kleinen Bewegungen nachjustieren und nachspüren. Jetzt eine letzte Bewegungsrichtung, das ist die Rotation in der vertikalen Achse. Ich stütze die linke Hand hinter mir auf, bringe die rechte Hand an die Außenseite des Beines und jetzt kann ich hier so einen kleinen Widerstand gegen Hand und Außenseite des Beins geben, also ein bisschen Kraft dahin geben und mich deswegen umso leichter im Oberkörper nach links drehen. Für den Rücken an sich ist es sehr schön, wenn wir erst drehen und uns dann aufrichten. Manchmal ist es andersrum, versuchen uns erst zu strecken und dann zu drehen. Aber eigentlich ist es für den Rücken in seiner Beweglichkeit besser, wenn er sich erst dreht und dreht er ein bisschen leichter und auch weiter und sich dann nach oben aufrichtet. Der Kopf kann mit nach links wenden über die linke Schulter. Wenn du hinter dir eine Lehne hast, dann kannst du den linken Arm dahin verhaken. Auch hier so ein bisschen Kraft gegen die Lehne geben und dich noch weiter in diese Drehung entspannen. Mal hindurchatmen. Wieder zurückkommen nach vorn. Die Drehung nach rechts, linke Hand an die Außenseite des rechten Beines, rechte Hand nach hinten oder in die Lehne. Ein bisschen Kraft in den Arm gegen die Strukturen geben, die sich berühren und nach rechts drehen und dann aufrichten. Und hier natürlich weiteratmen. Und zurückkommen. Und nochmal durchbewegen und mobilisieren. Und wenn wir jetzt noch die Halswirbelsäule in den Mittelpunkt bringen, bringst du die rechte Hand nach hinten, schiebst den Handrücken Richtung linkes Schulterblatt, ohne es zu übertreiben. Und neigst den Kopf jetzt nach links. Jetzt dehnen sich die Strukturen, die Muskelfasern im rechten Nackenbereich. Das ist der absteigende Ast des Trapezmuskels. Das sind Strukturen, die Richtung Schulter dehnen oder auch Richtung Innenseite des Schulterblatt. Und wenn der Kopf jetzt mit kleinen Bewegungen sich auf die Suche nach ganz besonders festen und verspannten Strukturen macht, dann ist es eine sehr schöne Übung, Anspannungen aus dem Schulterbereich und Nackenbereich zu lösen. Also mit kleinen, feinen Bewegungen ganz liebevoll nach Verspannungen suchen. Wenn du eine Struktur gefunden hast, dort ein paar Atemzüge bleiben und diese feste Struktur mit etwas Dehnung langsam lösen. Also in die Verspannung hinein dehnen. Und dann langsam wieder zurückkommen. Nachspüren in der Bewegung. Und die letzte Seite. Linke Hand greift nach hinten, schiebt Richtung rechte Schulterblatt hoch. Kopf beugt nach rechts. Wir sehen jetzt den linken Teil des Nackenbereiches. Und dessen können Fasern, also ganz lange, dünne Fasern, in die Richtung Schulter ziehen oder Richtung Schulterblatt. Und manchmal sind es auch so kleine Punkte, die fest sind und an denen wir jetzt mit kleinen Suchbewegungen des Kopfes ein bisschen Zug integrieren können. Und dann auch hier langsam wieder zurückkommen und in der Bewegung nochmal nachspüren, wie es sich jetzt anfühlt. Das waren ganz knackige, kurze Übungen für alle Bewegungsrichtungen des Rückens. Da musst du jetzt keine besondere Reihenfolge dir vorstellen oder beachten. Du kannst dich einfach ganz frei bewegen. Vor, zurück, rechts, links, drehen, genießen. Und eigentlich, so sagt unser Körper selber, was er an Bewegungsimpulsen sich wünscht. Denn wir brauchen Bewegung und Belastung für unseren Bewegungsapparat. Und vielleicht sind das so kleine Einladungen, das zwischendurch anzubauen. Wenn du gemerkt hast, dass die Wirbelsäule knackt in bestimmten Bewegungen, dann ist das nichts Unnatürliches. Es ist eher etwas Normales. Das kommt dann aus den Facettengelenken, die die Wirbel miteinander verbinden. Und das ist so manchmal eine kleine Einladung, sich ein bisschen mehr zu bewegen, wenn es geknackt hat. Oder auch mal endgradig in die Bewegung zu gehen. Endgradig heißt, den maximalen Bewegungsspielraum auszunutzen, den wir haben. Und vielleicht hast du ja Lust, ein paar Übungen zu machen. Vielleicht mal nach einem getätigten Anruf dich durchbewegen oder nach einer geschriebenen E-Mail. Und das muss nichts Besonderes sein. Und vielleicht ist es schön, das mal so in kleinen Aspekten in den Tag verteilt zu integrieren. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.